Was geht ab Freunde und willkommen auf dem Zweitkanal und heute gehen wir wieder in ein Horror Game. Heute spielen wir, haben wir testet, den Grimace Shake. Also das Spiel heißt nicht Grimace Shake, es heißt Grimaces Basement. Also ich weiß nicht was das heißt, okay, nerv mich nicht. Es gibt ein Gerücht über ein Getränk in Amerika, den Grimace Shake, den es bei McDonalds neu gibt. Wenn man den trinkt, passieren komische Dinge mit einem. McDonalds Grimace Shake. TikTok Grimace Shake Trend. Okay. Ich habe es vergessen. Yo, was ist das? Das war nicht so. McDonalds Grimace Shake. Yo, I just got the Grimace Shake from McDonalds. Her lieb good things about it. I've heard the Grimace. Okay. Yo, Loki, this kind of fuck. Hey, das war real talk twitch. Das ist nur ein Witzvideo. Das ist ein Meme, das ist ein Trend. Den, ihm geht es gut. Er hat sich gerade bewegt auf Ernst. Er bewegt sich gerade. Ich will es aber nicht einfach nochmal zeigen. Das ist der selbe Typ. Das ist einfach nur ein Meme Video. Er hat weiterhin danach noch Videos gemacht. Also, es ist alles nur ein Meme. Gucken uns einfach keine Videos mehr zum Grimace Shake Test an. Und gehen einfach in das Spiel. Okay, Leute. Yo, es ist auf meinem linken Monitor noch nie sein Spiel auf meinem linken Monitor gestartet, Chad. Okay, Grimace ist Grimace, ist Grimace irgendein Typ, den man kennen sollte? Loki, ich kenne gar keinen Grimace. Okay, das ist natürlich ein McDonalds. Ich war sogar ehrlich vor ein paar Tagen mit McDonalds, nee, gestern in McDonalds mit Rohrat. Okay, bestellt sich was? Egal, das sieht ehrlich aus wie McDonalds. Yo, warte mal. Ich wollte nur gucken, ob man, wie das Spiel, ob das Spiel gut bearbeitet wurde. Wartet kurz. Ja, 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 das Spiel wurde auf jeden Fall ziemlich gut verarbeitet, auch wenn es ein bisschen pixelig ist. Gehen wir mal zu dem grünen Punkt, wo wir hin müssen. Press E to talk. Welcome to McDonalds. What will you be having today? One Grimace shake, please. Hmm, I tried a Grimace birthday meal. Are you sure? Alright, 15 pounds. 15 pounds, Juni? Steck dein Grimace shake in Arsch, Juni, ich will nicht. Sehr hässlich, Juni. 15 pounds. Scheiß auf das Spiel. Auch wenn wir das nicht echt bezahlen müssen, das ist eine Prinzip-Sache. Ist unser Auto hier? Unser Auto ist kaputt. Okay, Kelleck. Das heißt, wir müssen uns was zuerst holen. Wir werden gezwungen, 15 pounds auszugeben, Chat. Dollar? Ist das ein Dollar? Achso, Dollar, meine ich doch. Ja, hier, nimm die 15 pounds. Thank you, yeah, thank you to yourself. Okay? Wir trinken den Grimace shake, wir stecken ihn in unser Hals. Das heißt, wir spritzen ihn in uns? Warte, sind wir gestorben, keiner? Ein paar Stunden später. Yo, was zur? Dicke, das ist nicht gut, McDonalds. Das ist Saw. Das ist wie bei Saw, Chat. Ich kenn den Stuhl von Saw. Was ist das denn? Das ist ein zugekacktes Tor? Oder ist das keine Kacke? Das sieht aus wie Kacke. Was ist mit hier? Wir müssen hier raus. Dicke, sind das Kackhöhlen? Ach, egal, ich weiß auch. Das sind die Katakomben. Wir sind in Paris. Unter Paris. Okay, okay, okay. McDonalds-Plakat. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt er auf den Zug? Nein, er geht weg. Yo. Collect all three components of the Grimace Meal. Okay, das steht hinter mir. Also ihr könnt es nicht lesen. Wir müssen drei Bestandteile von dem Meal sammeln. Um zu gewinnen. Okay. Wir müssen, wir haben, danke schön für die Gift-Subs. Harami-Chan. Ich küsse deine Herzbäume, Bruder. Ich küsse deine Herzbäume. Ja, okay. Das war kein Erschrecker, immerhin. Junge, wir haben nicht ein Nil gefunden. Ja, boi. Warte mal. Ich dachte schon, Knochen wären vielleicht ein Bestandteil. Ich sag hier. Okay. Ist das ein Bestandteil? Nein, hier ist gar nichts. Ich glaub, vielleicht kann er gar nicht durch diese Rohre. Aha. Aha, Chat. Ich krieg das nicht auf. Yo, yo, yo. Let's go, let's go, let's go. Okay, wir haben das erste Bestandteil, Chat. Noch zwei Stück. Noch zwei Bestandteile. Wenn er jetzt kommt, sind wir am Arsch. Okay, kommt nicht. Schleche, geh rein, geh rein. Oh, gesaved. Ich glaub, wir haben uns gesaved. Ja, er kann hier nicht durch. Wichtig. Er kann hier nicht durch. Oh, das war knapp. Digga, er ist zu schnell. Das ist doch unfair. Komm, komm. Ich warte auf dich, mein Bruder. Komm mal. Ja, bist du langsam, ne? Jetzt laufe ich. Jetzt schnell laufen. Schnell raus. Schnell raus. Und hepp. Und hepp damit. Hepp, 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 hepp. Und hier rein, und hier rein. Sehr schön. Sehr schön, ja? Das hat eigentlich gerechnet, Chat. Da ist irgendwas. Oh, wir sind wieder in unserem Raum. Okay. Müssen wir das erst abgeben? Ich weiß nicht. Ihr habt mich schon, wie viele Subs waren das? Bruder, tschüss. Ich küsse dein Herz. Ich kann es gerade nicht sehen, leider, weil mein Chat ja hinter dem Spiel ist. Weil sich das komischerweise hinter meinem linken Monitor geöffnet hat. Oh nein, 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 bitte nicht. Komm, schnell, 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 let's go, let's go, let's go. Na, fuck. Okay, 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 weiter geht's, Chat. Weiter geht's. Okay. Muss ich jetzt wieder das neu sammeln? Ah, mein Gott, sie trete dich. Jo, ich höre ihn schon. Jo, der ist unfair. Chat, wir sind unfair. Das ist auch echt laut. Da ist er. Ja, moin, Digga. Mach schon mal ab, Junge. Ohne Sinn. Ja, geh mal weg. Los geht's. Schön. Oh nein, er ist zu schnell. Er ist zu schnell. Da ist er. Digga, ich kann da nicht lang, okay. Ich kann da schon mal nicht lang. Ich kann nicht geradeaus. Ich muss nachleggen. Warum ist das so laut, Bro? Für euch ist es nicht so laut, weil ich hab's für euch leiser gemacht, Chat. W.H. mit in den Chat. Na, Bro? Och, Digga. Ist echt nicht einfach. Ist echt nicht einfach, Chat. Okay, wir wissen schon mal, dass hinten links dieses Getränk ist. Wir brauchen aber die anderen Sachen. Geht geradeaus. Kann man nach rechts? Nee. Hier nach links vielleicht? Ich muss an Stellen, wo ich noch nicht war. Jo, okay. Eey. Digga. Alter. Nein, 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 nein. Das ist eine Sackgasse. Ah. Hey. Der Jumpscare ist zum Glück ist der lame. Bro, das ist das Einzige, was mich hier gerade am lieben hält. Okay, das kann man mit. Hinten links sammeln wir die zuerst ein. Aber wäre cool, wenn wir auf dem Weg einen anderen finden, Reethock. Aha. Aha, Chat, aha. Ingredient Nummer zwei. Okay, lass mal das gucken. Aha, aha, Chat, aha. Aha, Chat. Jetzt darf er nicht kommen. Hier ist nichts. W, 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 w. Wo ist der scheiß andere Ding? Ich hab's vergessen. Komm, schnell, 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 bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, Digga. Jo. Komm. Aha. Skoll, 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 skoll. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Hara, Mishan, du bist der Beste. Hara, Mishan, danke schön, Fliesaps. Warum höre ich tote? Ich höre ich so, äh. Jo, schnell, zurück, kurz. Lagebesprechung, Chat. Lagebesprechung, kurze Lagebesprechung, okay. 45 insgesamt. Insgesamt 45, Saps, Hara, Mishan. Kurs geht raus. W, S, H, S, F, Hara, Mishan in den Chat. Ehrlich, gefühlt. Bruder, Top-Saber? Diesen Monat? Top-Saber? Platz 1? Platz 1, Hara, Mishan. Dankeschön, Bruder. Hier links war das erstmal. Ja, Bruder, du kommst hier eh nicht durch, also von daher. Ja, geh mal woanders lang. Wieso, das ist ja jetzt unfair gerade. Ja, geh mal jetzt woanders hin. Dann bist du doch jetzt von da kommen, oder? Ich seh ihn aber nicht. Das war unfair, Chat. Das war unfair. Wo war denn jetzt das? Ich hab alle gefunden, bis auf das, was ich die ganze Zeit hatte. Ehrlich, komisch. Man findet immer das, was man nicht sucht. Hä? Glocki jetzt hier runter. Aha. Wir haben wieder zwei. Wir brauchen nur noch ein einziges. Da. Let's go. Oh nein. Warum hab ich so komische Musik, die ich noch nie gehört hab vorher? Ich muss jetzt zurück. Yo. Kann er jetzt unter die Dinger her? Oder nicht? Anscheinend nicht. Bitte. Schnell. Amen, schnell. Er ist schneller, glaub ich jetzt. Schnell. Bitte. Ja. Das Ende. Nein. Was muss ich machen? Ich hab doch alle drei Sachen. Ich hab doch alle drei Sachen, Chat. Collect all three components of the meal. Was hab ich vergessen, Chat? Tresor. Ich muss zum Tresor gar nicht hier hin. Oh nein. Ich bin komplett falsch gelaufen. Ich hoffe, er kommt mir nicht entgegen. Das wär das Schlimmste, was passieren kann. Hier geht's aber zum Tresor. Ich kenn den Weg nur hier rüber. Komm schon, Chatresor. Ja. Er ist nicht hier. Ja. 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 Ich hab's. Ja, das Grimmest meal war schlimm. Sag ihm das. Wir reden gerade mit der Polizei. Ich hab's durchgespielt. Wir sind zwar gestorben, aber nur wegen dem McDonalds-Mitarbeiter. Weil er uns nicht geholfen hat. Da hab ich's in den Chat. Ich hab's durchgespielt. Ich hab's durchgespielt. Wir haben den Grimmest Shake nicht überlebt. Wir sind gestorben. Wir sind gestorben, Chat. Aber egal. Wir sind in Ehre gestorben. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Wenn euch das Horror-Game gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Wenn ihr... Äh... Bei zwölf Likes machen wir wieder eine Folge, wo wir drei Horror-Games am Stück spielen. Gut. Dann checkt Vato ab auf Instagram. Vato.eu Lass dein Follow da. Klamotten kommen am 23. online auf vatoclo.com. Und am 22. ist ein Pop-Up-Store in Paderborn, wo wir die Sachen verkaufen.